Ich suche uns den geheimen Battle Pass Banner mit dem lieben Niklas so ihr seht schon ihr müsst mal ganz kurz bei dieser bei diesen Turm da gucken also bei diesen ihr seht den schon bei diesen Kamin also Schornstein auf jeden fall das Ziel in Sicht oder so heißt das und mit dabei ist Niklas Hallo und ich grüße Worte Zitronen TV hat auch YouTube Kanal checkt auf jeden fall ihn mal ab weil der hat sich gewünscht im letzten Video gegrüßt zu werden wir müssen hier hin dahin ja wo ist er da jetzt ein paar auf jeden fall diesmal so ja ich muss Woche 8 machen aber ich wüsste mich ringen ist irgendwie toll weil der liebe Niklas der hat jetzt endlich mal den Battle Pass gekauft und ja deswegen muss er jetzt ganz viele Wochen nachholen muss doch alles machen also das ist so eine Menge und Leute wenn ihr wollt dass ihr im nächsten Video gegrüßt werde dann schreibt es mal in die Kommentare und ja ich hoffe ich komme nach oben als oben auf dieses Ding drauf ja ich wüsste ich wüsste was für den Film der muss jetzt irgendwo hier sein Fläche drauf oder das war ja an der Seite aber hier ist ja okay hey das sieht mal voll sick aus nice ach das da oben ach okay ja okay wegen dem Logo ja okay gut ähm okay das war es ja voll gewinnig gegrüßt werden wir schreibt in die Kommentare und ciao